So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem, oh, du bist durchnackt, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid und noch gar nicht abonniert habt, ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite Shop, wirklich jeden Morgen. Also wenn ihr in Zukunft keine neuen Skins hier im Fortnite Shop mehr verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt noch schnell ein kostenloses Abo da lassen. Einfach mal jetzt schnell runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und dann würde ich sagen, stammen wir jetzt direkt mal mit dem heutigen Fortnite Shop, wo sich mehr oder weniger nur die rechte Seite geupdatet hat. Es gibt noch ein kleines Special, dazu gleich. Erstmal hier auf der rechten Seite haben wir heute eine neue Musik drin, total funky heißt sie, ich werde sie euch auch noch gleich zeigen. Auf der linken Seite gibt es aber eine kleine Besonderheit und zwar, seht ihr es vielleicht schon, wir hatten gestern ja eigentlich 5 neue Items und heute sind nur noch 4 da. 2 von 2 und 2 von 2, insgesamt also nur noch 4 Items, gestern gab es ja 5 neue, nämlich ist der Gleiter jetzt aus dem Shop verschwunden. Das hat auch einen guten Grund und zwar war ja gestern das große Live-Event in Loot Lake, der Vulkan ist dann ausgebrochen. Ich denke mal, die meisten von euch haben das sicherlich mitbekommen. Allerdings konnten viele das nicht live mitbeobachten, denn so circa die Hälfte der Runden in Fortnite haben gebaggt. Da gab es ja so einen Fehler und das Live-Event ist nicht wirklich gestartet. Deswegen konnten ganz, ganz viele Leute das Event leider nicht live miterleben, was natürlich ziemlich schade ist. Und deswegen hat Fortnite jetzt ein bisschen reagiert und gesagt, jo Leute, es tut uns leid, es war nicht mit Absicht. Es war leider nur ein Fehler und als Entschädigung quasi bekommen wir jetzt dafür einen Gleiter und zwar den Gleiter, den es gestern hier im Shop gab. Den gibt es jetzt für jeden Spieler kostenlos freigeschaltet. Die sagen, das wird in der nächsten Zeit gemacht, also schätze ich mal so die nächsten Tage, wird dann wahrscheinlich jeder Spieler diesen Gleiter hier kostenlos freigeschaltet bekommen. Und keine Sorge, alle Leute, die sich den gestern schon gekauft haben, werden ihre V-Bucks wieder zurückbekommen. Das heißt also, ja, jeder, der dafür jetzt V-Bucks ausgegeben hat, wird die dann in der nächsten Zeit wieder gutgeschrieben bekommen. Was als ziemlich coole Sache ist von Fortnite, klar, es macht jetzt, das ist nicht ungeschehen. Viele Leute konnten das Event jetzt nicht miterleben, was ziemlich schade ist. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das Event erleben konntet oder nicht. Ich würde nicht mehr mal interessieren, wie viele Leute das gesehen haben, das Event. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass uns Fortnite da trotzdem jetzt hier was einfach kostenlos begibt. Und ich denke mal, viele werden sich darüber auch sehr, sehr freuen. Ansonsten hat sich auf der linken Seite jetzt nichts verändert. Es sind also weiterhin die gleichen Sachen drin, sonst wie gestern. Machen wir jetzt weiter nämlich mit der rechten Seite erstmal der Arc-Type. Hallo? Was ist hier los? Hä? What the fuck? Okay, jetzt. Hä, was war das denn für ein Bug? What the fuck? Das hatte ich ja noch nie. Also das war ja, das war ja maximal crazy. Genau, Arc-Type-Skin, schaut eigentlich ziemlich cool aus, gefällt mir. Dann der Battle Pass immer noch drin, also Battle Pass Stufen. Ah, die Musik, warte, dann wollen wir noch ganz kurz hier die Musik einschalten, damit wir uns hier mal anhören können. Die neue Musik. Hm. Ja, ich bin halt kein großer Fan von so Musik. Ich hab die immer aus, deswegen werde ich sie mir jetzt auch nicht holen. Vielleicht für Leute, die gerne diese Musik anhaben. Für die ist es ein bisschen Abwechslung dann, aber mein Fall ist sie jetzt nicht. Neue Leuchtstäbe. Da will ich mir auf jeden Fall eher so ein Emote oder sowas holen. Ich finde Musik irgendwie ein bisschen unnötig. Könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben, ob ihr Musik benutzt, aber ich, ich tue es auf jeden Fall nicht. Dann Wacki-Quatsch. Ganz lustiger Tanz. Das schaut schon ganz cool aus. Und im letzten Slot den Heumichel. So ein Bauer für 800 Wibachs. Guter Preis. Ähm, jo, das war's dann schon zum heutigen von der Shop. Wie immer könnt ihr auch gerne meinen Credit Code Snogsy eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Und, ähm, auf die Endcard, äh, ne, auf die Endcard, auf die, äh, hier eingeblendet seht ihr noch den Gewinner von gestern. Ich hatte ja gestern ein Item eurer Wahl verlost. Und zwar an alle Leute, die meinen Credit Code Snogsy eingetragen haben. Deswegen, falls ihr mich hier supporten wollt und die Gewinnspiele, zahlt das alles aus einer Tasche. Jedes Gewinnspiel hier, ich mach fast jeden Tag, äh, verlose ich hier V-Bucks. Deswegen, wäre wirklich mega, mega lieb von euch, wenn ihr das Snogsy benutzt. Ich weiß, es gibt so viele Creator. Deswegen, wirklich vielen Dank an jenen, der das Snogsy einträgt. Und, ähm, jo, das war's dann schon zum heutigen von der Shop. Und, ja, falls ihr keine neuen Videos mehr hier verpassen wollt und keine neuen Skins, dann unbedingt jetzt noch schnell ein Abo da lassen. Einfach kurz drunter scrollen oder abonnieren klicken. Wir hören uns morgen spätestens wieder. Und bis dann, macht's gut. Tschüss.